Herzlich willkommen, guten Tag zusammen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstagnachmittag beim FC Augsburg. Wir begrüßen Sofjan Cahit im ersten Teil der PK. Herzlich willkommen und der zweite Teil dann natürlich gleich mit unserem Trainer Mirko Slomka. Zum Spiel in Augsburg werden unserer Einschätzung nach etwa 1200 Fans aus Hannover anreisen. Der überwiegende Teil, rund 900, mit dem Sonderzug, der sich am frühen Samstagmorgen dann auf den Weg nach Augsburg macht. Sofjan, prima Unterstützung sicherlich unserer Fans. Wie ist deine Einschätzung vor diesem Spiel nach dem sicherlich sehr emotionalen Finish gegen Borussia Dortmund? Mit welcher Ausgangslage, mit welcher Stimmungslage geht ihr nun in diese Begegnung? Ja, sicherlich mit einer positiven, weil wir eben in den letzten Minuten das Spiel gegen Dortmund noch gedreht haben. Und wir unterschätzen die Augsburger nicht. Wir wissen, was sie können. Hertha hat in Dortmund gewonnen und haben dann zu Hause gegen Augsburg 2-2 gespielt. Und daraus wollen wir natürlich lernen, dass wir nicht den gleichen Fehler wie Hertha machen und Augsburg vielleicht etwas unterschätzen. Es ist ein ernstzunehmender Gegner. Wir fahren da natürlich hin, um zu gewinnen, sind selbstbewusst genug, können glaube ich mit breiter Brust da auftreten, aber müssen natürlich von der ersten Minute an wach sein, um möglichst viel Druck auszuüben und nach 90 Minuten natürlich drei Punkte mitzunehmen. Wenn wir ein bisschen noch über deine persönliche Situation reden, dann warst du zu Beginn der Saison, Beginn mit dem Pokalspiel in Lübeck gegen Wismar im Team, dann mal wieder nicht, hast die letzten Spiele wieder von Beginn an gemacht. Wie siehst du deine augenblickliche Situation? Ja, ich denke, der Trainer weiß, was er an mir hat. Also ich gebe die ganze Woche immer Gas, als wenn ich spielen würde. Und letztendlich entscheidet der Trainer immer. Wir erfahren es dann auch erst ein oder zwei Tage, nee, ein Tag vorm Spiel oder direkt am Spieltag. Und wir müssen gucken, wie es jetzt am Wochenende in Augsburg ist. Ich denke, ich habe ein recht ordentliches Spiel gegen Dortmund gemacht, wobei ich mich da mehr auf die Defensive konzentrieren musste, weil die Dortmunder doch sehr offensiv stark waren. Ich hoffe natürlich, dass ich spielen darf. Ich weiß natürlich, dass ich mit Steven Schronel oder einen guten Konkurrenten habe. Und Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und es kann einen nur stärker machen. Deswegen fahre ich mit einem guten Gefühl nach Augsburg und habe die Woche im Training immer 100 Prozent gegeben. Und es ist Zeit für Ihre Fragen. Der Köster kommt mit dem Mikrofon natürlich gerne zu Ihnen. Das zeichnet sich ja seit einiger Zeit ab, dass du bei 96 auf der Rechtsverteidigerposition quasi vorgesehen bist. Hilft dir das, weil du ja gekommen bist als Mittelfeldspieler, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, vorne oder hinten? Hilft dir das, dass du auf eine Position festgelegt bist jetzt? Ich denke schon. Also wenn man so ein Defensiv-Allrounder ist mit keiner festen Position, dann ist es immer nicht ganz so toll. Deswegen habe ich mich auch auf die Position festgelegt und probiere da natürlich Gas zu geben. Ich glaube nicht, dass mich der Herr Schmattke als Mittelfeldspieler geholt hat, sondern schon als Vertretung für Steven Cerundolo, der ihn sicherlich irgendwann mal ablösen kann, wird. Und ich sehe mich da auch stark genug. Ich brauche mich hinter ihm nicht zu verstecken. Und es ist natürlich ein schwieriges Geschäft, weil wir verstehen uns privat sehr gut. Sofian, bezogen auf Augsburg hast du eben gesagt, wir fahren da hin, um zu gewinnen und fahren auch mit breiter Brust hin. Nichtsdestotrotz, Aufsteiger sind eigentlich immer besonders heiß. Was glaubst du, erwartet euch da? Werden die erstmal auf Abwarten spielen oder meinst du, die geben Gas? Weil normalerweise kommt der FC Augsburg ja eher über den Teamgedanken, also so über die Kompaktheit. Ja, eigentlich genauso wie wir über den Teamgedanken und ich denke schon, dass sie mit einem Punkt in Berlin zufrieden sein können und kann mir gut vorstellen, dass sie auch vorne attackieren werden. Also die werden sich nicht hinten reinstellen und mal abwarten, was wir so machen, sondern ich denke schon, dass sie selbstbewusst genug sind und zu Hause den Zuschauern auch was zeigen wollen. Sofian, eine Frage etwas abseits von Hannover 96. Einer deiner Ex-Trainer hat zurzeit großen Erfolg, nicht mehr mit Hertha, sondern jetzt mit Borussia Mönchengladbach. Die hatten genau wie Hannover 96 vorletzte Saison eine ganz schwierige Saison, haben erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Traust du denen einen ähnlichen Aufschwung zu wie euch letzte Saison, die vielleicht sogar in Europa endet? Ja, natürlich. Also man sieht, Gladbach ist ein super Team geworden und ich denke, so ein Abstiegskampf schweißt eine Mannschaft sehr zusammen. Das hat man bei uns auch gesehen, dass wir uns in den letzten Spielen der vorherigen Saison, vor 2009, dass einen das zusammenschweißt. Und das ist in Gladbach jetzt auch passiert. Und der Trainer hat sehr viel Erfahrung und arbeitet mit dem ganzen Team zusammen und weiß auch, dass er ein Team formen muss, um Erfolg zu haben. Das hat Lucien Favre gut gemacht in Gladbach, das sieht man jetzt. Und natürlich ist am Ende für Gladbach auch ein europäischer Platz dran. Jürgen Klopp hat, ich glaube, vorgestern gesagt, wir schreiben die Meisterschale mehr oder weniger schon ab. Wo siehst du die Liga im Allgemeinen in dieser Saison? Gibt es einen Alleingang der Bayern? Und ganz wichtig, vor allen Dingen der zweite Teil der Frage, wo siehst du dich und die Mannschaft auf Sicht in dieser Spielzeit? Ja, ich sehe uns schon im oberen Mittelfeld. Also natürlich wissen wir, dass es schwer wird, den Erfolg von der vergangenen Saison zu wiederholen. Wir wollen da aber natürlich anknüpfen, wollen uns als Mannschaft weiterhin verbessern. Und ich sehe die Bayern schon sehr stark. Ob sie jetzt im Alleingang die Meisterschaft holen, bezweifle ich. Aber im Fußball ist natürlich alles möglich. Deswegen ist es jetzt schwierig, eine Prognose zu geben. Ich kenne jetzt deine persönliche Statistik gegen Augsburg nicht. Vielleicht gibt es auch gar keine, ich weiß es jetzt nicht genau. Da gibt es keine. Ist für uns auch hier aus Hannover-Sicht ein bisschen die große Unbekannte, auch von den Spielern her. Wie viele Spieler kennst du denn von Augsburg? Auf wen muss man da aufpassen? Ja, natürlich kenne ich die Spieler. Ich weiß, dass sie einen sehr gefährlichen Sturm haben. Und die haben einen sehr gefährlichen Spielmacher. Über links kommt Bellinghausen, der eher der Kämpfertyp ist und über den Willen kommt. Und deswegen muss man da schon wach sein und dagegen halten. Also es ist nicht so, dass wir uns da irgendwie denken, okay, die Spieler können alle nichts. Nando Raphael kommt auch wieder ins Team zurück. Mit dem habe ich in Hertha noch bei Hertha zusammengespielt. Und der hat sicherlich auch seine Qualitäten. Also wir müssen da 90 Minuten Vollgas geben, um auch was mitzunehmen. Ich würde gerne noch mal ein paar Tage weiter gucken. Nächste Woche Donnerstag die große Unbekannte auf europäischer Bühne, Worsklar-Polterwa. Teil 1 der Frage, hat dir das was gesagt bis zur Auslosung? Und zweiter Teil der Frage, wo siehst du euch auf Sicht in Europa in der Saison? Ist das große Ziel zu überwintern, also im neuen Jahr auch noch dabei zu sein? Ja, natürlich, das muss unser Ziel sein. Ich denke, wenn man Sevilla schlägt, dann kann das Ziel nur das Weiterkommen in der Gruppenphase heißen. Und das haben wir uns, denke ich, auch als Ziel gesetzt. Es ist sicherlich Neuland für viele von uns. Aber wir haben gesehen, dass wir gegen Lüttich mithalten. Lüttich war eine gute Mannschaft, eine kompakte Mannschaft. Sicherlich wäre ein Sieg, denke ich mal, besser für uns gewesen. Aber wir schreiben uns noch nicht ab, sondern probieren natürlich den Erfolg in Europa auch so zu feiern. Und Polterwa? Ja, Polterwa hat mir ehrlich gesagt davor nichts gesagt. Dann habe ich mich natürlich ein bisschen mit der Mannschaft befasst. Mal im Internet ein bisschen recherchiert. Und ja, die haben jetzt in Kopenhagen, glaube ich, 1-0 verloren durch den Elfmeter. Sicherlich sind die zu Hause auch genauso ähnlich wie Augsburg eher die Außenseiter, sage ich mal. Aber wir wissen, dass wir da 90 Minuten lang Vollgas geben müssen, um was mitzunehmen. Also es ist nicht so, dass wir da denken, okay, es ist ein Selbstläufer. Wie hält man nach so einem Last-Minute-Erfolg gegen Dortmund die Spannung hoch, wenn es dann gegen Augsburg geht? Ja, ich denke, das haben wir im Training ganz gut gezeigt, dass wir in den Trainingsspielen sehr viel Aggressivität drin hatten. Und ich hoffe, dass wir diese Aggressivität auch mit ins Augsburg-Spiel nehmen würden. Denn darauf kommt es an. Und danach kommt erst das Fußballspielen. Also man muss erst mal über den Willen ins Spiel finden. Und ich denke, das haben wir in der Trainingswoche ganz gut gemacht. Und hoffe natürlich, dass wir Samstag auch vorzunehmen können. So viel eine hätte ich noch zum Thema Nationalmannschaft. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand? Du warst zuletzt nicht mehr dabei bei der tunesischen Mannschaft. Zuletzt war ich nicht mehr dabei. Sicherlich findet da auch gerade ein Umbruch statt. Wie ich von Karim Hagi erfahren habe, lädt der Trainer hauptsächlich tunesische Spieler, die selber in Tunesien spielen, ein. Und ich sehe das aber gelassen. Ich weiß, dass ich die Qualität habe, da zu spielen. Ich war zweimal dabei. Und würde mich natürlich über eine Nominierung wieder freuen. Und habe jetzt sicherlich hier bei Hannover in der letzten Saison nicht gespielt. Deswegen wurde ich nicht eingeladen. Hoffe natürlich, dass ich das jetzt ändern kann. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht auf die Chance habe, nochmal eine WM zu spielen. Ich habe auch nochmal eine allgemeine Frage. Der Trainer Ralf Rangnick von Schalke 04 hat heute seinen Rücktritt erklärt wegen eines Erschöpfungssyndroms. Wie beurteilen Sie so insgesamt die Situation in der Bundesliga? Haben Sie auch das Gefühl, dass der Druck auf den Trainern immer, immer stärker wird? Und dass es schon gesundheitliche Probleme immer mehr bringen wird? Ja, ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht weiter beschäftigt. Und kann zu dem Thema leider auch nichts sagen, weil es steckt in jeder Person selber drin. Er hat sicherlich die richtigen Schlüsse gezogen. Davor auch Respekt. Und ich wünsche ihm auf diesem Wege gute Besserung. Alles Gute. Okay, dann hätten wir es. Soviel. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Gleich der zweite Teil dann mit unserem Trainer. Ich ergänze gerne nochmal die Zeiten für den Sonderzug. 5.51 Uhr am Samstagmorgen ab Hannover. Ankunft dann in Augsburg um 12.45 Uhr. Zurück geht es um 19.15 Uhr ab Augsburg. Und der Zug ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.22 Uhr wieder in Hannover. Also 5.51 Uhr los, 12.45 Uhr dort, 19.15 Uhr wieder los und 1.22 Uhr dann hier wieder in Hannover. Also würden schauen wir mal bei den Sonderzug auf Samstag. Vielen Dank.